Mit welchem Fahrzeug werde ich untergehen? Als allererstes habe ich jetzt hier ein Fahrrad am Start und ich glaube, damit komme ich noch hier ganz leicht über die Baumstammbrücke rüber, Freunde. Und easy peasy, jawohl, damit kommen wir einfach rüber. Mal sehen, ob es bei einem Motorrad genauso aussieht und wir gehen immer noch nicht unter auf den Baumstamm. Ich bin echt gespannt, welches Fahrzeug gleich failen wird, Leute. Auch rübergekommen, easy. Ich habe jetzt schon ein kleines Kompaktauto am Start und ich gucke gerade, man kommt sogar... Oh ja, man kann schon mal sehen, dass es auf jeden Fall kritisch sein wird. Ey, lasst mal ein Like, wenn ihr glaubt, dass das ein Panzer hier sogar rüber schaffen kann. Aber wie man sehen kann, kann auch jetzt hier das Fahrzeug der BMW über die ganzen Baumstämme rüber. Mal gucken, ob auch so ein Truck hier rüberfahren kann. Oh, ihr habt schon gesehen, wie die Baumstämme gerade nach unten gedrückt wurden, Leute. Und auch sehr gut mit dem Truck, Leute, einfach rübergeschafft. Nun habe ich hier den XXL-Panzer und wir probieren jetzt hier mit dem Panzer über die Sachen rüber zu gehen und... Was? Nein, oh mein Gott. Wenn du ihn nicht richtig gelegen hast, darfst du es nicht abonnieren. Habt ihr nun die Antwort auf die Frage? Was ist der Fall? Was? Was?